Das Transferfenster an der Weser ist zu und zwar sogar deutlich schneller als eigentlich eingeplant, denn bis 20 Uhr hätte der SV Werder am Freitagabend Zeit gehabt, noch neue Spieler zu verpflichten. Letztlich hat Clemens Fritz gerade eben hinter mir in einer kleinen Medienrunde um kurz nach 18 Uhr den Hammer fallen lassen und hat gesagt, nee, auf der Zugangsseite, da passiert bei uns definitiv in diesem Sommer nichts mehr. Soll heißen, Derek Köhn, der am Morgen hier in Bremen gelandet ist und dann am Nachmittag offiziell endgültig verpflichtet beziehungsweise ausgeliehen wurde von Galatasaray Istanbul, ist der letzte Neuzugang in diesem Sommer. Ein ziemlich spannender Spieler, 25 Jahre alt, ja, viel Tempo bringt er mit, dribbelt stark, ist er auch gut, abschlussstark. Vielleicht defensiv das ein oder andere Manko, wenn er zu weit nach vorne prescht, aber ansonsten, glaube ich, bringt er sehr, sehr viel mit, was dem Bremer Spiel richtig gut tun kann. Und so ist der SV Werder im Grunde jetzt auf jeder Position mindestens doppelt besetzt. Vorne gab es auch zwei spannende Transfers mit Marco Grill und eben auch Keke Top. Ich für meinen Geschmack hätte mir noch ein bisschen frische, neue Dynamik und Energie und Kreativität im Mittelfeld gewünscht. Habe ich auch Clemens Fritz gerade eben noch mal darauf angesprochen, der sagte, ne, sieht er anders. Er sieht sich im Mittelfeld und auch im gesamten Rest der Mannschaft, die sieht er sehr gut besetzt und sehr gut aufgestellt für diese anstehende Bundesliga-Saison, die jetzt so richtig losgeht am kommenden Samstag, am morgigen Samstag, hinter mir mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund, zweiter Spieltag nach dem 1 zu 1 zum Auftakt gegen den FC Augsburg. Werder, wie gesagt, wehnt sich also auf einem guten Weg, gut aufgestellt und man muss ja auch sagen, dieses Team hat sich eben kaum verändert und in der vergangenen Rückrunde, ja, in der Rückrundentabelle, Tabellenplatz 6 belegt. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, aber die Mannschaft wird sich daran eben auch messen lassen müssen. Und man darf eben auch nicht vergessen, alle Beteiligten, sehr, sehr viele Spieler und auch nicht zuletzt Trainer Ole Werner hat immer gesagt, er wünscht sich Neuzugänge. Klar weiß er, dass das beim SV Werder nicht alles ganz so einfach umzusetzen ist, aber er wünscht sich Neuzugänge, um, ja, neuen Schwung, neuen Esprit hineinzubekommen und mit dieser Dynamik dann eben auch diese Reibung zu erzeugen, die die Entwicklung mitbringt. Denn er will, natürlich will er sich mit der Mannschaft weiterentwickeln, nicht einfach nur auf dem weiterhin aufbauen, sozusagen, was vorhanden ist oder das wiederholen, was vorhanden ist, sondern eben explizit voranbringen und für Innovation sorgen. Und da wäre eben auch frisches Blutgut gewesen, um weiter den Konkurrenzkampf anzufachen und, ja, ein bisschen Druck aufzuüben. Gerade eben haben wir da natürlich auch mal kurz nachgefragt, wer das denn jetzt übernehmen soll. Und natürlich sind da auch, sagte Clemens Fritz ganz explizit, explizit die jungen Spieler gefordert, die Werder ja schon verpflichtet hat, unter anderem Isaac Hansen-Arohn ist da sicherlich zu nennen, der ja im vergangenen Winter schon kam und der ein oder andere junge Spieler tummelt sich da ja auch noch, Julian Malatini zum Beispiel, die eben dafür sorgen sollen, dass dieser Konkurrenzkampf lebendig gehalten wird, intensiv ausgetragen wird und jede Menge Schwung da insgesamt drin ist. Einen kurzen Blick noch auf Naby Keita, den haben wir heute Morgen gesehen, wie er in der Geschäftsstelle zu Gast war in Begleitung und da haben wir schon gedacht, gibt es da jetzt endlich die finalen Züge bis zur Trennung. So ganz so weit ist es noch nicht. Clemens Fritz hat gerade eben gesagt, man hat zusammengesessen, man steht auch häufig in Kontakt mit den Beratern und man setzt jetzt darauf, dass ja vielleicht noch in anderen Märkten, die noch länger offen haben, sprich zum Beispiel Saudi-Arabien oder auch die Türkei, wo noch jede Menge los ist, wo noch einiges passieren kann in den kommenden Wochen, dass da vielleicht noch sich jemand findet, der dann als Abnehmer für Naby Keita in Frage kommt. Gleiches gilt übrigens auch für, ja, noch andere Spieler, haben wir natürlich auch nachgefragt, ein Abit Nankishi ist da zu nennen, da hieß es zwischenzeitlich, dass er sich mit dem SV Sandhausen ja schon im Prinzip geeinigt hat und sehr, sehr weit sei. Am Ende kam es doch nicht zusammen, er ist immer noch hier. Auch da wird geschaut, ob man nicht vielleicht doch noch eine Lösung findet. Auch Oliver Berg im Moment immer noch hier in Bremen, auch da gibt es aktuell keinen neuen Stand. Und bei Milos Welkowitsch, das haben wir ja heute Morgen auch schon vermeldet, der hat zwar beim Abschlusstraining gefehlt, aber da wird es auch keinen Abgang geben. Insofern, also da ist Werder in der Defensive zumindest nominell jetzt erstmal ganz gut bestückt. Schauen wir, wie es denn da dann durch die Saison geht. Wir erinnern uns in der vergangenen Saison einige Verletzungen und einige Ausfälle, die der Mannschaft das Leben erschwert haben. Zumindest in der Theorie ist Werder jetzt für solche Fälle defensiv gewappnet und eben, wie gesagt, auch auf anderen Positionen, wo jetzt diese doppelte Besetzung eben vorhanden ist. Und ich wiederhole mich da gerne im Mittelfeld. Ich für meinen Geschmack hätte da gerne noch etwas mehr gesehen. Schauen wir mal, in welche Richtung es geht. Alles Wichtige, lest und hört ihr natürlich in der Deichstube. Bleibt gesund und respektvoll. Bleibt gesund und respektvoll.